Moin. Wir führen ein Gespräch mit dem Richter Heindl aus dem bayerischen Land. Wir sind im tiefsten Bayern. Schnee liegt reichlich draußen. Wir haben ein festes Thema. Ich stelle euch vor, Richter Heindl. Ade. Ich möchte einige Ausführungen zu meiner Person machen und Ihnen erklären, wie es dazu kommen konnte, dass ich diese unglaublichen Dinge erleben musste und jetzt aufzuklären versuche, von denen ich Ihnen berichte. Ich selbst bin als junger Richter nach der Referendarzeit in die Herzbrucker Schweiz gegangen, weil ich gerne in diesem fränkischen Land leben wollte. Ich habe mich dort in einem fränkischen Dorf niedergelassen und war mit den örtlichen Verhältnissen gut vertraut. Ich bin in den Gesangsverein und in die Feuerwehr eingetreten und war dann auch bei der Kirche in einer Funktion tätig gewesen. Zu dieser Zeit habe ich einen Leserbrief über die Verkehrsverhältnisse des kleinen Städtchens Lauf, in dem sich mein Gericht im Schloss von Kaiser Karl IV. befunden hatte, geschrieben, da ich den Eindruck hatte, dass man diese Verkehrsverhältnisse verbessern könnte und dadurch die Zahl der Unfälle drastisch gesenkt werden könnte. Dieser Brief ist von der Kommunalpolitik gut aufgenommen worden und ich wurde dann von der SPD gefragt, ob ich nicht bei der SPD mitwirken würde in der Kommunalpolitik. Ich habe zugesagt und da ich in der Bevölkerung eine gute Resonanz hatte, bin ich in dem Stadtrat von Lauf und in dem Kreistag des Landkreises Nürnberger Land gewählt worden. Ich wurde dann Fraktionsvorsitzender der SPD im Laufer Stadtrat und ich wurde der Obmann für den Kreisausschuss der SPD im Landkreis Nürnberger Land. Diese Arbeit hat mir Spaß gemacht. Im Jahre 1984 kam jedoch eine Störung in dieser Arbeit und das entwickelte sich folgendermaßen. Ich hatte im Januar geheiratet, ich hatte eine Türkin geheiratet und das war für die SPD ein ziemlicher Schock gewesen. Es waren damals Wahlen zum Stadtrat und ich hatte ein sehr gutes Ergebnis und die Partei fasste einen Beschluss, dass ich doch zum zweiten Bürgermeister der Stadt Lauf kandidieren möge. Ich tat dies, aber die Hälfte der Fraktion hat mit der CSU gestimmt und den CSU Bürgermeister, der für dieses Amt kandidierte, gewählt. Das hat mich damals sehr getroffen und ich bin aus der Partei ausgetreten. Ich habe später, sehr viel später, in einem Bericht des ehemaligen Mercedes-Vorstandsvorsitzenden Edzard Reuter gelesen, dass man seinem Vater einen ähnlichen Vorwurf gemacht hat, wie man mir damals in der Partei gemacht hat. Man sagte zu mir, wir wollen keinen Türken Bürgermeister haben und damit brachte man zum Ausdruck, dass ich für die SPD nicht mehr tragbar gewesen bin, weil ich mit einer Türkin verheiratet war. Und dem Vater von Edzard Reuter, dem regierenden Bürgermeister von Berlin, Fritz Reuter ist ähnliches im Jahre 1947 widerfahren. Er hat im Vorwärts lesen müssen, als er zum Bürgermeister der Stadt Berlin kandidierte, wir können keinen Türken Bürgermeister gebrauchen. Das muss man sich also auch schon mal auf der Zunge zergehen lassen, dass solche Aussprüche von der SPD kommen. Ja, wenn ich damals das gelesen hätte und ich erlebt hätte, dass ich also in derart guter Gesellschaft mit diesem Vorwurf mich befinde, hätte ich es vielleicht lockerer weggesteckt, als ich es damals weggesteckt habe. So habe ich mich getroffen gefühlt, meine Frau hat sich getroffen gefühlt und ich bin also aus der SPD ausgetreten. Um die Situation zu schildern, in der wir damals lebten, will ich eine Begebenheit darlegen. Als wir geheiratet haben, haben wir den Stadtrat von Lauf zu unserer Hochzeit, zu unserem Polterabend eingeladen und da haben die Stadtratskolleginnen und Kollegen hinter unserem Rücken auf unserem Polterabend Wetten abgeschlossen, wie lange unsere Ehe halten wird. Da haben uns die Pessimisten sechs Wochen gegeben und die Optimisten drei Jahre. Das Ereignis war wie gesagt vor 30 Jahren und die Wetter und Wetterinnen von damals, deren Leben kann ich ja verfolgen, sind mittlerweile alle geschieden. Eine davon sogar schon zweimal rechtskräftig. Das aber nur am Rande. Ich habe dann von dem damaligen Parteivorsitzenden Schönhuber, der Republikaner, ein Angebot bekommen, dass ich mit ihm zusammen die Republikaner doch als eine Art Rechtsstaatspartei, also eine Partei rechts von der FDP, so hat er sich das vorgestellt, führen würde. Und er wollte meine Kenntnisse, die ich damals schon über die Entwicklung der illegalen Strukturen in Justiz und Verwaltung des Freistaats Bayern hatte, aktivieren. Ich möchte dazu sagen, Herr Schönhuber war zu dieser Zeit ein Mensch, der aus der Arbeit des Bayerischen Rundfunks hervorgegangen ist, der der Träger der Bayerischen Verdienstmedaille gewesen ist und der ersichtlich darum kämpfte, die Gefahren des Rechtsstaats, die zu dieser Zeit schon erkennbar gewesen sind, abzuwenden. Später hat er dann mit Herrn Lepin in Frankreich Verbindung aufgenommen und hat eine Rechtslastigkeit bekommen, die für mich auch nicht mehr tragbar gewesen ist, sodass ich aus der Partei der Partei ausgetreten bin. Betonen möchte ich aber, dass meine Frau in dieser Partei immer mit größtem Respekt behandelt worden ist. Wenn es Übergriffe auf meine Frau gegeben hat und die hat es gegeben, dann sind sie von der CSU gekommen und von keiner anderen Partei. Und jetzt möchte ich, um das Bild abzurunden, Ihnen etwas davon erzählen, wie solche Übergriffe der CSU aussehen. Im August 2000 hat man versucht, mich als Richter und als Gefahr die illegalen Strukturen des Freistaats Bayern aufzudecken, aus dem Verkehr zu ziehen, indem man mich in die Psychiatrie verschleppen wollte. An einem Morgen um 8 Uhr, wir saßen gerade beim Frühstück, ist die Polizei mit einem Krankenwagen vorgefahren. Es war außerdem noch ein Wagen mit zwei Bediensteten des Landkreises Nürnberger Land da. Und sie hatten einen Beschluss eines Richterkollegen des Amtsgerichts aus Herzbruck, dass ich also wegen Gemeingefährlichkeit in der Psychiatrie zu verwahren sei. Ich wurde also festgenommen und wurde in den Krankenwagen gesetzt und es setzte sich ein Polizeibeamter zu mir. Und es setzte sich dann eine Karawane in Bewegung. Das erste Fahrzeug war ein Polizeifahrzeug, in dem weitere Polizeibeamte saßen. Dann kam der Krankenwagen mit dem Polizeibeamten und mir. Und dahinter fuhr der neutrale Pkw des Landkreises Nürnberger Land mit den Bediensteten der Betreuungsstelle. Und ganz hinten hatte sich meine Frau mit unserem Auto dieser Karawane angeschlossen. Als wir zur Psychiatrie am Europakanal in Erlangen gekommen sind, ist diese Karawane zum Stillstand gekommen, weil man warten musste, dass die Schranke aufgeht. In dem Moment, als die Schranke aufging, fuhr meine Frau an allen anderen Autos vorbei und fuhr als erste in das Gelände der Psychiatrie am Europakanal ein. Sie stellte dann ihr Auto vorne beim Eingang etwas verkehrsbehindernd ab und rannte in das Haus. Dadurch kam meine Einlieferung etwas in Turbulenzen. Ich wurde dann von der Polizei in das Foyer dieses Gebäudes geführt und da geht eine Treppe nach oben zu anderen Stationen und links ist eine Tür zu der geschlossenen Station. Es wurde an dieser Tür geklingelt und in dem Moment, als die Tür sich öffnete, kam meine Frau von hinten angerannt, stieß den Polizeibeamten zur Seite, lief in die geschlossene Abteilung der Psychiatrie hinein, setzte sich in diesem Vorraum auf einen Hocker und rief und hier gehe ich ohne meinen Mann nicht wieder raus. In dem Moment bin ich in die Psychiatrie hineingegangen, weil ich gedacht habe, ich muss ja sowieso, ich bin von der Polizei gezwungen und habe mich neben meine Frau gesetzt. Es erschien die Frau Dr. Grohe, die damals die Leiterin dieser Psychiatrie, dieser geschlossenen Abteilung gewesen ist und verlangte von der Polizei, dass sie also meine Frau aus dem Raum entfernen. Der Polizist sagte, da müssen sie die Erlanger Polizei holen, dafür sind wir nicht zuständig, drehte sich um und ging weg und die Bediensteten des Landkreises Nürnberger Land schlossen sich ihm an. In dem Moment hat die Frau Dr. Grohe die Tür zugeworfen und mit so einem stampfenden Schritt verschwand sie nach hinten in einen Gang und der Hofstaat, den sie hatte, also die Pfleger, die alle, es waren etwa vier, fünf Pfleger, die um sie herum gestanden waren, liefen hinter ihr her und verschwanden. Ich saß dann also mit meiner Frau vielleicht sieben, acht Minuten alleine in diesem Vorraum, als plötzlich eine junge Frau, eine blonde Frau mit zwei Zöpfen auf uns zukam. Man dachte, es handelt sich um ein junges Mädchen, bei dem man nicht ganz sicher ist, ob sie schon das Abitur hat oder noch aufs Abitur lernt. Sie stellte sich als die Frau Assistenzärztin Ruett vor und sagte, sie möchte ein Aufnahmegespräch mit mir führen. Meine Frau ging sofort dazwischen und sagte, ohne sie wird hier nichts gemacht und sie möchte also dann bei diesem Gespräch dabei sein. Ich habe dann etwas vermittelt und habe mich mit meiner Frau und der Frau Ruett geeinigt, dass wir in das anschließende Arztzimmer gehen und erst die Frau Ruett mit mir ein Gespräch führt und ich wollte ihr dann da legen, dass ich also hier verschleppt worden bin und dann sollte sie mit meiner Frau ein Gespräch führen. Ich verschwand also mit der Frau Ruett in diesem Zimmer und meine Frau nahm sich den Hocker, auf dem sie bisher gesessen war und stellte den direkt vor die Zugangstür zu diesem Arztzimmer. Ich war in dem Raum und habe mit der Frau Ruett vielleicht vier oder fünf Sätze wechseln können, als plötzlich vor der Tür ein riesen Geschrei losging, fast unmenschliche Stimmen. Eine dieser Stimmen war die von meiner Frau und ich bin sofort zur Tür raus und da stand sich die Frau Dr. Grohe und meine Frau direkt gegenüber. Es war vielleicht zwischen den Gesichtern 30 bis 40 Zentimeter Abstand und die Frau Dr. Grohe schrie immer so mit dem Kopf nach oben Stuhl, Stuhl und meine Frau schrie immer ins Gesicht, Humanität, Humanität. Es war also für mich ein unfasslicher Eindruck. Ich habe mich dann mit meinem Körper zwischen die beiden Frauen geschoben, sodass ich den Rücken der Frau Dr. Grohe zugewandt habe, habe meine Frau an den Schultern gepackt, umgedreht und in dieses Arztzimmer hineingeführt. Als ich in das Arztzimmer gekommen bin, saß die Assistenzärztin, die Frau Ruett, an dem Tisch, der als Besprechungstisch steht, kaute an einem ihrer Zöpfe und weinte. Ich habe also nie an der Universität gelernt, wie man mit einer Assistenzärztin in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie umgehen soll, die weint. War im ersten Moment fassungslos, dieses Bild zu sehen. In dem Moment stand die Frau Ruett auf, zog ihren Schlüsselbund und öffnete eine Tür, die direkt von diesem Arztzimmer in das Foyer der Psychiatrie in Erlangen geht und machte so eine Handbewegung, dass wir doch verschwinden sollten. Ich bin dann mit meiner Frau raus und wir haben uns in das Auto gesetzt und sind heimgefahren, sind etwa gegen 11 Uhr nach Hause gekommen und konnten dann das Frühstück fortsetzen, von dem weg ich festgenommen worden war. Will also auch heißen, Sie sind auch möglicherweise nicht der einzige Fall, dem so etwas passiert, hinter geschlossenen Mauern passiert sehr, sehr viel mehr, als die meisten sich im Lande überhaupt vorstellen können. Und das ist auch der Grund, weswegen ich Menschen wie dem Herrn Wollert helfen möchte, weil ich eine Verpflichtung darin sehe, Menschen, die ein derartiges Schicksal in unserem Staat erleiden müssen, zur Seite zu stehen. Ich sehe darin eine wesentliche Pflicht meines christlichen Glaubens und es ist leider so, dass wir sagen müssen, es gibt nicht nur Christenverfolgungen in Afrika und es gibt nicht nur Christenverfolgungen im Islam, es gibt Christenverfolgungen hinter hinter unseren Mauern, in unserem Staat und in unseren Institutionen und das ist schlimm. Ich möchte zu dem Fall meiner Verschleppung noch sagen, dass im 6. Dezember 2000, also vier oder fünf Monate danach beim Amtsgericht in Hasbrock ein Gutachten der Frau Wollert aufgetaucht ist, dass ich vorgeführt worden sei, um also meinen psychischen Gesundheitszustand zu beurteilen und dass sie den doch dann als positiv beurteilt hat. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass die Frau Wollert ein solches Gutachten gefertigt hat und ich habe dazu Recherchen angestellt und dann habe ich von ihr persönlich erfahren, dass dieses Gutachten im Bayerischen Staatsministerium der Justiz geschrieben worden ist und dass man über den damaligen Klinikchef ihr dieses Gutachten zugeleitet hat und sie hätte es unterschreiben und in den Rechtsverkehr einbringen sollen. Sie hat sich geweigert und das Exemplar trägt auch nicht die Unterschrift von ihr, sondern es trägt nur die Unterschrift von der Frau Dr. Grote, also der Leiterin der Abteilung. Es hat mich dann natürlich interessiert, wer und unter welchen Umständen dieses Gutachten in Anführungszeichen im Justizministerium hergestellt worden ist und ich konnte in Erfahrung bringen, dass der damalige Ministerialrat Wolfgang Held der Verfasser dieses Gutachtens ist. Was für eine Position hatte Wolfgang Held insgesamt zur Politik gesehen oder zur Psychiatrie gesehen? Wolfgang Held war der Beauftragte des Ministerpräsidenten Strauß gewesen, die Justiz sozusagen für die Bayerische Staatsregierung dienstbar zu machen. Er war stellvertretender Generalsekretär der CSU gewesen und ist also von diesem Posten dann zum Ministerialrat im Justizministerium befördert worden und hat Dinge getan, die also jetzt erst so allmählich hochkommen. Unter anderem ist auch Herr Dr. Schlötterer bei Abfassung seines Buches Macht und Missbrauch aufgefallen, dass Herr Ministerialrat Held einige höchst problematische Dinge im Bayerischen Justizministerium anzulasten sind. Das heißt, er sollte dafür sorgen, dass die Justiz bereinigt wird von Leuten, die nicht dem System folgen? Und das ist wohl auch der Grund, weswegen man versucht hat, mich also in die Psychiatrie zu verschlecken. Kenne ich doch irgendwoher? Ja. Das war's. Dankeschön. Wir machen weiter. Vielen Dank. Vielen Dank.